Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Origins-Giganten-Spezial. Ja, heute präsentiere ich euch schon die Wave 6, denn diese ist 2021 hier in Deutschland erschienen und diese herrlichen Figuren, ja, habt ihr es erraten, welche denn hinter der Wave 6 verstecken? Ja, hier seht ihr sie nochmal. Ich werde sie euch gleich nochmal etwas näher vorstellen, aber nicht nur das, sondern es gibt zwei weitere Deluxe-Figuren, die 2021 erschienen sind und zwei He-Man, beziehungsweise jeweils eine He-Man und eine Skeletor-Variante, auf die die Fans gewartet haben und mit den beiden beginnen wir und danach geht es dann nahtlos weiter mit der Wave 6. Denn im Juli 2021 war es endlich soweit. Mattel hat He-Man und Skeletor aus der Origins-Toyline nochmal herausgegeben und zwar diesmal mit den gewünschten Vintage-Köpfen. Ja, diese Vintage-Köpfe, die eigentlich gar keine Vintage-Köpfe sind, weil sie halt nicht so aussehen wie damals, sind aber auf alle Fälle besser als das, ja, als das Origins-Original. Die Backcards unterscheiden sich nur da drin. A, das Artwork jeweils ist gleich bei He-Man und Skeletor, genauso wie bei der Wave 1 der Origins, aber unten bei der Figurenaufzählung sind halt Figuren der nachfolgenden Waves aufgelistet, wie man so sieht. Nebenbei erwähnt, 2022 ist nochmal ein Vintage-He-Man erschienen mit, ja, mit dem Logo 40 Jahre Masters, denn 2022 feierten die Masters in den USA ihr 40-jähriges. Und deswegen wurde oben das Hologramm bei einigen Figuren, die Mattel nochmal aufgelegt hatte und in einigen Stores in Amerika verfügbar waren, wurden diese nochmal so aufgelegt. Und auch diese Version war hier in Deutschland und Europa bei Amazon erhältlich. Ja, hier sind die beiden ausgepackt und wie man so sieht, ja, die Köpfe sind schon besser, aber auf alle Fälle nicht so, wie man sie von damals her Anfang der 80er herkannte. So, starten wir mit Webstore in die Wave 6. Ja, endlich ist der Spinnenmensch auch als Origins-Version erschienen. Hier das geniale Artwork auf der Rückseite, ja, hier sieht man Webstore gerade im Angriff gegenüber He-Man und Buzz-Off, der denn in der nächsten Wave erschienen ist. Ja, Gott sei Dank hat Webstore sein Action-Feeder, Ja, ja, dass man ihn mit seinem Haken hochhangeln kann, beibehalten. Und hier sieht man auch noch Figuren, die in der Wave 6 erschienen sind, aber auch hier der Vintage-Kopf-He-Man und Vintage-Kopf-Skeletor. Hier steht der Spinnenmensch nun vor uns ausgepackt. Hier seine Waffe, die er auch schon bei den 80ern mit dabei hatte, aber natürlich auch sein Enterhaken. Ja, den braucht man natürlich um Webstore zum Beispiel auf dem Turm von Castle Greyskull zu schicken. Hier auf der Rückseite, genauso wie damals, ist hier das Seil enthalten, das man herausziehen kann, damit er natürlich an jedem gewünschten Ort von Webstore kommen kann. Ja, Webstore. Webstore gehörte damals auch einer meiner Lieblingsfiguren, die ich hatte. Und ich weiß, vielen von euch ja, liegt Webstore auch richtig am Herzen. Und auch schön, dass dieser von Mattel originalgetreu beibehalten worden ist. Wir kommen zur nächsten Figur, und zwar hier die Eternian Goddess. Ja, auch diese wurde veröffentlicht und Mattel hat weiter fortgeführt, dass jeweils in jeder Wave, die mit meistens vier Figuren bestückt waren, auch Varianten enthalten waren. Und so traf es auch hier die Eternian Goddess. Na, wir sagen auch viele nur die Goddess. Einmal sehen wir hier eine europäische Karte und einmal hier die amerikanische. Falls ihr noch nicht wisst, was die Unterschiede genau sind, schaut einfach mal hier bei den Origins-Giganten-Spezial Wave 1 mal rein. Da erkläre ich euch die Unterschiede dieser Karten. Ja, hier von Axel Jimenez wieder ein richtig hervorragendes Artwork. Man sieht, die Goddess verteidigt gerade He-Man ohne Hanisch. Ja, das ist ja so angelehnt an der Barbaren-Version aus den ersten Mini-Comics damals in den 80ern und Skeletor, der die zweite Schwerthälfte beziehungsweise beide Schwerthälfte gerade im Bann zu sich zieht. Ja, die Eternian Goddess ist schon eine wichtige Figur eben in der Geschichte der Masters und ja, viele hat es gefreut, dass diese erschienen ist. Ja, hier steht sie nun vor uns, sie war wirklich aus lauter Dankbarkeit, ja, hat sie den Barbaren He-Man, den Hanisch samt Zauberschwerts, Schild und Streit-Axt geschenkt damals. So hat er seine Kraft erhalten, um das für das Gute für Eternia zu kämpfen. So die kurze Biografie zur Barbaren-Version der Masters. Nüchtern betrachtet hier ist natürlich ein Repaint von einer ganz normalen Tila. Ja, man sagt auch die grünische Tila, ja, ist aber bei Weitem die Goddess. Ja, sie bringt als Zubehör einmal der Schild mit, sowie ihren Schlangenstab und natürlich darf ihr Schlangenpanzer nicht fehlen. Die Goddess gab es auch als Classics-Version. Ja, als nächstes wartet nun der LOP, der Lords of Power Beastman auf uns. Ja, dieser ist auch erschienen. Er sieht ziemlich anders aus als der gewöhnlichen Beastman, den man so von früher her kannte, denn es ist eine Nachbildung des Prototypen. Das habe ich euch schon erklärt beim Lords of Power Mermen. Es gab ja damals zu Beginn, wo die Masters noch in der Erfindungsphase waren, gab es fünf Prototypen, wie sie hätten aussehen sollen. Sie unterschienen sich natürlich anders, als die wirklich erschienen sind. Das nannte man Lords of Power. Und dann wurden sie umbenannt in die Masters of the Universe und die Origins haben sich dann dazu angenommen, die Figuren einzeln zu veröffentlichen. Und hier hat es Beastman getroffen. Auch ihn habe ich einmal auf europäischer Karte und zum anderen auf amerikanischer Karte. Ja, hier ein tolles Artwork, ja, der Lords of Power Beastman im Angriff oder überhaupt im Kampf mit dem Vintage Kopf He-Man. Was leider hier fehlt, ist seine Peitsche. Die hat der Lords of Power Beastman nicht mit dabei. Und ich muss sagen, er sieht wesentlich besser aus als den Beastman, den man so erkennt. Ja, und habe ich euch zu viel versprochen, sieht er nicht geil aus? Ja, wenn man ihn wirklich nur den Beastman kennt von damals, ist es eine kleine Umgewöhnung, aber der ist doch viel gruseliger und gewaltvoller als das Original. Obwohl das streng genommen eigentlich das Original sein müsste. Ja, wie auch seine Rüstung, die mit den Dornen, einfach nur genial. Wie gesagt, leider hat er seine Peitschen nicht mit dabei. Er hat wirklich kein einziges Zubehörteil mit in der Verpackung. Genauso wie beim Stratos. Wir kommen nun zur letzten Figur der Wave 6. Und auf diese Figur haben die Fans wirklich sehensüchtig gewartet und haben gehofft, dass er so stinkt auch in dieser Figur verewigt haben. Doch man wurde leider enttäuscht. Auch wenn das Artwork hier echt die Fans hoffen ließ, Stink Ohr hier stinkt, musste man enttäuscht werden. Da hatte hier, wie man sieht Moseman, er wurde hier schon angeteasert. Ihr wisst ja, das ist ja ein Smith Exclusive geworden. Ist auch schweineteuer mit 50 Euro. Na egal, er hatte Glück, denn Stink Ohr hat wirklich leider nicht gerochen. Auch das irreführende Vorschaubild hier mit der Dame, die an Stink Ohr riecht und das Gesicht verzieht, stimmt nicht. Er hat zwar in manchen Chargen gerochen, aber nicht mehr so nach Pachui-Öl, wie man es von damals erkannte. Es roch eben halt anders, aber auch nicht mehr Stink Ohr nicht übel riechend gemacht. Okay, Pachui ist gesundheitsgefährdend, gilt als, glaube ich, krebserregend. Okay, das verstehe ich, aber man hätte wirklich jede Figur doch mit einem separaten Duft belegen sollen. Naja, die Fans waren enttäuscht, es gab eine Diskussion, die einen sagen, ja, er riecht ekelhaft, die anderen sagen, nö, da war ich auch drunter, bei mir riecht er ja gar nicht. Trotzdem sind wir froh, ihn doch zu haben. Auch wenn es ein Repaint ist von Mermen, ja, im Grunde genommen, ja, aber die Kinder haben es damals nicht gemerkt und auch diese Optik wurde sehr schön von Mattel beibehalten. Und er hat als Zubehör sein Schild mit dabei, das hatte er ja schon damals und sieht einfach nur geil aus, das alte Stinktier. Ja, die Wave 6, eine richtig coole Wave, ja, auch wenn da Mattel angefangen hatte, wieder extreme Varianten reinzuhauen, ja, weil wir wollen ja unbedingt relativ sehr schnell alle Charakter haben, die wir auch als Spielzeug hatten, ja, aber egal, trotzdem sind sie richtig cool, auch hier Webster, der Spinnenmensch, ja, viele, wie ich schon sagte, haben extra auf diesen Charakter gewartet. Ich finde den aus dieser Wave auch den besten, guck mal, lässt sich auch hochziehen, zwar nicht ganz nach oben, ja, bei mir ging er nicht ganz nach oben, das habe ich Elames auch bei den Origins-Giganten gesagt, da hakt er und geht nicht weiter, aber trotzdem mega cool. Ja, das verleitet weiterhin zu spielen, ne, und richtig so gut empfunden wie damals aus den 80ern. Aber auch natürlich geil, hier, der Lords of Power Beastmen. Am Anfang habe ich auch da ein bisschen mit rumgehadert und dann habe ich ihn doch ins Herz geschlossen. Dieser gab es auch beim Lords of Power 5er Set, dieses PowerCon Exclusive, hatte ich ja euch vorgestellt, hier bei mir auf meinem Kanal, lohnt sich auf alle Fälle, da ist er noch detailreicher als hier. Aber hier, richtig cool und er sieht auch richtig gefährlich aus. Huh, den möchte ich wirklich auch abends nicht auf der Straße begegnen. Ne. Stinkohr, ja, er riecht bei mir wirklich ein bisschen mehr nach Plastik, aber auch so viel auch nicht, aber er riecht auf alle Fälle nicht so wie früher. Wie gesagt, es durfte nicht mehr verwendet werden, weil Krebsgefahr bestand, Pachui alt, hätte man aber trotzdem eine Alternative finden können. Ne. Also, die einen sagen, bei mir riecht er aber zwar nicht so wie Pachui-Öl, aber er riecht trotzdem sehr unangenehm, aber hier nichts. Also, da kann ich sagen, die ersten Chargen waren nicht damit bestückt worden. Aber trotzdem optisch natürlich sehr wie das Original anlehnt. Ja. Und hier, die Green Goddess alias Eternian Goddess ist auch eine tolle Figur. Muss ich lassen. Hat auch was. Auf alle Fälle eine Berechtigung. Aber auf alle Fälle mein Highlight ist und bleibt Webstore. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinposten, welchen Favorite habt ihr aus der Wave 6. Ja. Ja, bei allen Figuren könnt ihr natürlich wieder dieses Mixed and Matched machen. Ja, Matched and Mixed System. Ihr könnt alle Figuren die Köpfe, Hände abnehmen, untereinander umstecken. Da habt ihr immer wieder neue Figuren, die ihr kreieren könnt. Das sage ich auch nochmal. So, das war nun die Wave 6. Wir kommen jetzt nun zu den Deluxe-Figuren. Es gab zwei Deluxe-Figuren. Zum einen war das der Buzzsaw Hordak und dann der Moskitor. Ja, darauf haben ja auch viele gewartet und die schauen wir uns an. Und danach gibt es noch ein besonderes Doppelpack. Ja, im Juli 2021 gab es die nächste Deluxe-Figur und zwar der Buzzsaw Hordak. Ja, eine Variante von Hordak, den man auch schon aus den 80ern herkannte. Neben einer Menge Zubehör hatte er natürlich vorne auf der Karte wieder ein separates Artwork. Ja, und das zeigte auch schon sein Action-Feature. Ja, hier sieht man auf dem Artwork auf der Rückseite, ja, er, ja, Buzzsaw Hordak in voller Action. Er hat seine Kreissägen aus der Brust schmettern lassen und wen sieht man hier? Hier wurde auch schon schön geteasert. Den Flying Fists He-Man. Ja, den gab es später ebenfalls als Deluxe-Figur. Dazu kommen wir denn zu gegebenen Anlass. Und hier im Hintergrund wieder ein kleiner Teaser, das macht den Fans Hoffnung, dass auch das Reittier von Hordak, der Mantisauer, irgendwann mal auch als Origins-Version erscheinen wird. Ja, hier die Vorschaubildern erkennt man ja seine Funktion vom Buzzsaw Hordak, ja, das macht richtig Spaß, das hat Mattel als Action-Feature auch belassen. Ja, da steht der Anführer der Wilden Horde als Variant-Figur vor uns und ich muss sagen, richtig geil. ist richtig, richtig cool, ja, mega, mega geil. So, wir wollen das Action-Feature jetzt mal testen, ja, er hat hier vorne zwei Griffe, ja, man kann es hier runterziehen, seine Rüstung, dann hat er so einen hohlen Bauchraum, dann legt man natürlich seine Kreissäge hier rein, man muss sie wirklich bis hinten dann durchdrücken, bis es einrastet, Moment, so, und dann hat er hier hinten, ja, an seinem, im Gegensatz zu früher, ist das hier cool, er hat ja so einen leichten Umhang mit, ja, wirklich stabilem Plastik und hier einen Drückmechanismus und wenn man hier drauf drückt, fliegt die Kreissäge raus. Jetzt schaut euch das mal ganz genau an, Achtung, wir drücken drauf und Ja, geiles Feature immer noch, macht richtig Spaß damit rumzuschießen. Ach ja, als Zubehör hat er natürlich auch noch seine Armbrust mit dabei, das kennen wir ja auch von damals. Auf zur nächsten Deluxe-Figur, die erschienen ist. Im September 2021 ist das blutsaugende Horde-Monster Moskitor erschienen. Neben natürlich, weil es eine Deluxe-Figur ist, neben dem zusätzlichen Artwork, neben dem Masters of the Universe Logo, hat Moskitor natürlich auch eine Menge Zubehör mit dabei. Ja, schaut euch mal auf der Rückseite das geile Artwork an, ja, Moskitor im Kampf gegen Fisto, ja, der Arme wird mit dem blutigen Schleim wird er hier in Gefangenschaft genommen und man erkennt aber auch hier wieder einen kleinen Spoiler, der Bechelsaurus wird, ja, angeteasert. Ja, und zwar ist er zwar bis heute noch nicht angekündigt, aber hier, ja, da hoffen wir doch, dass er hoffentlich bald zeitnah erscheinen wird. Auch bei ihm wurde das Action-Feature beibehalten. Er hat diese Blutpumpe, ja, man sieht auf seiner Brust, auch wenn der Schlitz oder dieser Spalt, wo man es sehen kann, kleiner geworden ist als beim Original damals aus den 80ern. Ja, hier steht der Kämpfer für die wilde Horde Moskito vor uns und, ja, das ist wirklich ein richtig geiles Monster. Auch hier das Zubehör, wie ich eben schon sagte, ja, mit diesem blutigen Schleim, womit man hier die Gegner fixieren kann, einen auswechselbaren Kopf und eine auswechselbare Hand und natürlich eine Laserwaffe, damit kann er sich gut verteidigen. Ein übler Schorke mal nebenbei. Ja, auch ihn möchte ich mal kurz mal vorstellen mit seinem Action-Feature, ja, hier sieht man Blut. Ist natürlich kein richtiges Blut, ja, ist ja irgendwie so ein künstlicher Stoff. Da übrigens mal ganz interessant auf der Rückseite der Verpackung, sollte diese Flüssigkeit austreten, bitte soll man diese Figur wegwerfen oder umtauschen gehen. So, darauf wurde gewarnt. Dann hat er hier hinten einen Knopf, ja, wenn man draufdrückt, sprudelt vorne sein Blut, ja, Blutwasser dem Gegner, sieht ihr das, entzogen hat, ja, weil er saugt gerne seine Gegner aus, ja, sein Blut pulsiert dann in seinem Körper und das finde ich richtig gut. Genauso wie damals, leider, wie gesagt, ist dieser Ausschnitt kleiner als beim Original, aber egal, trotzdem macht es da Spaß, dass Mattel das Feature beibehalten hat. Hier habe ich das zweite Action Feature, was es in 80ern nicht gab, habe ich hier schon mal montiert. Wie ihr seht, hier sprüht Moskito Blut, ja, einen Blutnebel sprüht er in Richtung Fisto und zack, ist er davon gefangen. Ja, und da kommen wir nun zu einem Doppelpack abschließend, was im Juni 2021 auch den Weg nach Deutschland gefunden hat. Leider nur bei den Online Händlern nicht im regulären Handel. Es geht nämlich hier, man sieht schon am genialen Artwork, ja, um Keldor, ja, bevor er zu Skeletor geworden ist und um Kronis, bevor er Trepshaw geworden ist. Ja, man nebenbei erwähnt, nur hier hat Keldor in diesem Doppelpack einen auswechselbaren Kopf. Wäre natürlich toll gewesen, wenn Kronis auch einen auswechselbaren Kopf als Trepshaw gehabt hätte. Hier schaut euch mal hier das geile Artwork an, eine richtige Kampf Szene mit sehr, sehr vielen Figuren, angefangen vom Lords of Power Beastman über natürlich hier vorne Keldor, den Kronis, hinten Evelyn, Battleground Evelyn, den Mini-Comic, Tri-Clubs, haben wir auch noch den LOP Merman und hier noch versteckt sieht man den Mini-Comic Stratos, Man-at-Arms und King Rendor. Ja, hier kann man als Action-Feature die beiden Köpfe kann man abnehmen und natürlich wie man es immer kann bei den Origins als Mixed und Match System ranfügen. Und hier sehen wir beide Figuren ausgepackt und ich muss lassen richtig coole Figuren. Und was richtig cool ist, auch wenn Keldor nur leider bevorzugt worden ist mit zusätzlichem Zubehör, ist der Kopf, der beigefügt ist, samt seiner Rüstung ein richtiger Hingucker. Schaut euch mal die Augen von Skeletor an. Richtig ein geiler Kopf. Genauso sein Widerstab. Wie geil ist das? Ja, diese Farbkombi, dieses gelb-grünliche reingehend ins violette geil. Auch hier das Schwert genauso cool. Ja, dafür musste leider hier in diesem Doppelpack Cronus leer ausgehen. Schade, schade, schade. Dieses Doppelpack war in Amerika ein Walmart Exclusive. Und wir können echt froh sein, dass es hier in Deutschland durch die Vertriebspartner hier für uns in den Online-Stores verfügbar war. Ja, das Doppelpack ist schon richtig mega genial. Leider, wie gesagt, dass es keinen Wechselkopf gab für Clones, alias Trapshaw. Man hätte wirklich auch da einen Wechselkopf machen müssen, der richtig cool aussieht für Trapshaw. Da haben sie leider ein wenig geschlafen. Dafür reißt es natürlich den auswechselbaren Kopf von Skeletor heraus. Welche geilen stechenden Augen. Das müsst ihr mal in Händen halten, falls ihr dieses Doppelpack nicht habt. In Händen sieht der auswechselbare Kopf von Skeletor von seinen Augen her noch düsterer, noch geiler aus. Die Augen stechen förmlich heraus. Ein richtig cooles Doppelpack und damit beschließe ich nun die Wave 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne unten in die Kommentare reinschreiben, welche Lieblingsfigur ihr aus der Wave 6 habt. Falls ihr denkt, zum Lords of Power Beastman Stinkor oder auch der Eternian Goodies. Diese findet ihr samt allen anderen Figuren, die bisher erschienen sind von den Origins, findet ihr hier auf meinem Kanal unter der Playlist Origins Giganten. Da würde sogar Webstore reinschauen. Kann man den mal anhängen. Webstore kannst du dich anhängen, weil wir müssen zum Schluss mal was testen. Wir wollen den noch mal steigen lassen, aber den kann man hier nicht festmachen. Oder hier kann man den vielleicht festmachen. Kann ich leider nicht machen. Ich kann ihn leider nur noch so hoch hängeln lassen. Ich freue mich, dass ich euch demnächst wiedersehe bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche spätestens zu einer weiteren Ausgabe von den Origins Giganten Spezial. Und dann sind wir schon bei der Wave 7. Und die hatte es aber auch googelt bitte wieder nicht. Wieder Hausaufgabe bis nächste Woche. Überlegt mal, wer könnte in Wave 7 gewesen sein. Bis dann. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bleibt auch weiterhin sammelwütig. Tschüss.